Das sieht nach einem Sprung aus, den man schaffen kann, wenn man Nathan Drake ist. Yo. Nee, die wollen abhauen. Raue See, na toll. Okay. Da hinten ist einer, den muss ich auch noch ausschalten, irgendwie. Aber wie geil das aussieht, ne? Das ist Playstation 3. Das darf man nicht vergessen. Das ist nicht die Nathan Drake Collection, wo alles schon in HD, in 1080p-Texturen und so ist. Das ist tatsächlich die Originalversion der Playstation 3. Und es sieht einfach nur geil aus. Da sieht man mal, was auf den Konsolen auf der letzten Generation überhaupt alles möglich gewesen ist. Das sieht schon verdammt nett aus. Verdammt nett. Fast zu schön, um hier weiterzuspielen, weil, um einfach nur alles anzugucken. Wo ist denn der Kackvogel? Ach da. Ist das dein Ernst? Was ein Typ, ey. What? Nein, 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 nein. Das lässt es sein. Dankeschön. Wohohoho. Ach, wir nehmen das Gewehr. Geht deutlich schneller mit dem Gewehr. Yo. Asshole. Na, nicht das Beste. Verfluchter Mist. Ah, wer schießt da? Ah, es wackelt alles. Ich geh mal hier in Deckung. Dein Ernst? Ich kann ihn nicht treffen. Das ist unglaublich. Ja, mit den letzten zwei Kugeln habe ich ihn niedergestreckt. Aber jetzt brauche ich ein neues Gewehr. Ich nehme auch das. Kein Problem. Besser als nichts. Und jetzt müssen wir hier... Oh, shit. Kann man hier hoch? Ich kann da nicht hoch. Ah. Okay, das passt nicht ganz. Oh, oh. Shit. Oh, man. Komm schon. Wir müssen uns beeilen. Ah. Ah. Können wir hinterher schwimmen? Ich glaube nicht, dass das geht. Aber das Boot ist ja auch schon weg. Nein, wir werden wieder zurückgespült. Okay, da muss es einen anderen Weg geben. Das Schiff ist weg. Ah. Ah. Verdammt, das Mist. was zeigt er mir an das sieht nicht gut aus oh nein 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 der haut uns nicht ab what oh scheiße ich kann das auch hä oh da da dem gebe ich auch ein paar yeah und da hat er die Waffe gefangen das darf doch nicht wahr sein hä was hat er ach ne die kommen immer alle rüber gesprungen hä von welcher Seite keine Ahnung da kommt noch einer wow 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 shit ach du scheiße wow besser ist es oh man nein ernsthaft wer ballert da auf uns nein verdammt nochmal naja ich kann das auch yeah das war's Freunde oh Mist ey hier brennt es auch schon wieder wow 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 was ist das schon wieder gewesen die das war noch nicht die der ist noch gar nicht tot hier der scheiß Laden no in den Nachthimmel aber jetzt ok 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 wow wow auf Kreuzfahrt jawoll das ist ne Kreuzfahrt die ich auch mal gerne mitmachen würde wir haben auch nur noch ne Pistole keine anderen Waffen mehr uh das war auch knapp ok komm schon Junge ne da geht's gar nicht rein oh scheiße wo muss ich hin hier oben hoch naja keine Ahnung ich weiß es gerade nicht naja vielleicht oh shit vielleicht ja hier rein in das Boot aber ja oh da wackelt das ganze Ding und wahrscheinlich hier hoch immer wenn wir klettern können müssen wir auch klettern ne rüber ok da ist gar keiner yo hast du die Aktion gesehen das war doch ein wunderschöner Knockout wer die Waffe dann fängt das ist so cool aber wie geht's hier weiter muss ich hier rein natürlich nicht muss ich hier rein natürlich auch nicht muss ich da hoch vielleicht vielleicht ah ok ähm alles klar hier durch die Container kämpfen der steht aber auch nicht mehr ganz gerade da drauf oh da sind die Waffen voll das heißt gleich wird geballert oh ja da sind schon einige naja mit Tarnung ist jetzt nix mehr wow wow oh shit oh shit wo läuft er denn hin darf ich dir mal eine reinhauen wow mein gott ne wow 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 ne das bringt uns nix hier rein exit ja aber da kommen wir nicht oh shit oh verdammt oh verdammt los 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 wow 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 verfluchter Mist hau ab Junge was ist das von wo schießen die immer oh dieses Wasser alter alter vater oh da bin ich tot keine ahnung mehr von wo aus die geschossen haben ganz ehrlich ich weiß es nicht alter ich hab dir so ein magazin ins gesicht gedrückt ey okay was der explodiert ah so weg mit ihm alles klar alles klar bleib in deco wow haben was haben was haben was oder kommt da noch was jawoll Junge puh okay ah doch wir können hier rein dann mach schon auf ja oh mein gott was für ne scheiße na komm oh wir haben ne trophäe erhalten sehr schön